Und ich begrüße dazu jetzt live in Graz den Klimaforscher Gottfried Kirchengast, Gründer und Leiter des Wegener Centers für Klima und globalen Wandel an der Uni Graz. Guten Abend. Guten Abend. Herr Professor Kirchengast, Greta Thunberg ist auch in Glasgow und sie ist offenbar nicht sehr optimistisch. Der Wandel kommt nicht von da drinnen, hat sie vor dem Konferenzzentrum gesagt. Hat sie da recht? Ist das wirklich alles nur bla bla bla, wie Greta sagt? Also etwas, was grundlegend in der internationalen Politik, aber auch in Österreich noch passieren muss, ist, dass man von diesem Politikzugang des vergangenen Jahrhunderts, wie auch oft in Österreich zitiert wird, dass es so einen Dreiklang gibt, wo Umwelt, Soziales und Wirtschaft nebeneinander steht, dass man wirklich sagt, im Hintergrund und als Grundlage von allem gibt es die Klima- und Umweltpolitik, darin eingebettet eine der Gesellschaft dienliche Sozialpolitik und die Wirtschaft, die Unternehmungen, die Arbeitenden stehen im Dienst dieser Gesellschaft. Also wenn man klimagerecht, sozialgerecht, wirtschaftsgerecht nicht so zu interpretieren beginnt, zerstört man weiter die Lebensgrundlagen und verschärft die Klimakrise. Bedeutet das, dass diese Konferenz sinnlos ist oder was kann man realistisch von der Weltklimakonferenz erwarten? Also aus Sicht des Standes der Wissenschaft und ich glaube auch, was wir Menschen in Österreich und die Menschen weltweit erwarten dürfen, ist, dass die konkreten Umsetzungsmaßnahmen in Richtung der Pariser Klimaziele weiterkommen. Die Klimafinanzierung zum Grünen Klimafonds wurde schon genannt. Maßnahmenpakete, die Klimaneutralitätsziele, auch auf die kürzere Zeitfrist verstärken, das Regelbuch, dass man international fair die Emissionsanrechnungen und die Emissionsabbauten auch im gegenseitigen Vertrauen einrechnen kann, das sind Rahmenmaßnahmen, für die diese UN-Ebene zuständig ist. Und das sind auch Rahmenmaßnahmen, in denen dann der europäische Grüne Deal und auch die österreichische Klimapolitik eingebettet ist. Wenn die aktuell geltenden Klimaschutzpläne eingehalten werden, und das ist ja alles andere als sicher, dann steuert die Welt auf eine Erwärmung von 2,7 Grad zu, ist der aktuelle Stand. Das Pariser Ziel ist deutlich unter 2 Grad. Das klingt jetzt nach nicht viel Unterschied. Wären 2,7 Grad wirklich so schlimm? Ja, das ist ein riesiger Unterschied, kann ich Ihnen als Klimaphysiker sagen, weil letztlich, Stichwort Kippelemente im Klimasystem, großräumige Umstellungen wie etwa massiver Anstieg vom Meeresspiegel oder das Verlieren großer Regenwälder, aber auch eine extreme Verstärkung jetzt etwa von Wetter-Klima-Extremen, all diese Effekte treten, wie wir sagen in der Fachsprache, nicht linear stärker auf, wenn man nicht deutlich unter 2 Grad mit dem Bemühen um 1,5 Grad globale Erwärmung bleibt. Und das ist, glaube ich, auch etwas, wir wirklich mittlerweile im Jahr 2021 plus als die Weltbevölkerung insgesamt, etwas pathetisch gesagt, erwarten dürfen von den Politikgestaltenden. Und auch in Österreich, wenn wir das Programm Klimaneutralität 2040 haben als Längerfristziel, dürfen wir erwarten, dass jetzt wirklich über die nächsten Jahre die notwendigen 4 bis 5 Millionen Tonnen an CO2 auch systematisch abgebaut werden. Also um das auch gleich ganz konkret auf ein Land zu bringen, wie in Österreich, die Frau Ministerin hat es vorher im Beitrag ja schon gesagt, haben ja bisher letztlich in den letzten 30 Jahren stagnierende Emissionen gehabt, während andere Länder der EU schon 25 bis 30 Prozent auch abgebaut haben. Bleiben wir gleich da bei Österreich. Ich will, Sie haben es schon gesagt, bis 2040 CO2-neutral werden, die EU bis 2050. Aber der größte CO2-Produzent der Welt, China, erst bis 2060 und der drittgrößte, Indien, gar erst bis 2070. Spielt das da überhaupt eine Rolle, was das kleine Österreich tut? Absolut. Also da kann ich ein fundamentales Missverständnis sogar ausräumen. Es kommt ja bei diesen Klimaschutzbemühungen sozusagen auf jede Million Einwohner an. Ob ein Land 8 Millionen Einwohner hat oder 500 Millionen Einwohner oder 100, spielt keine Rolle. Wenn Sie in Österreich schauen, wir haben pro Million Einwohner etwa so eine dreifache Emission von einer Million Inderinnen oder Inter, nicht mehr ganz die doppelte Emission von einer Chinesin oder einem Chinesen. Also die Klimapolitik heißt einerseits gemeinsam, dazu dienen die Bemühungen auch in Glasgow, aber in einem Land wie in Österreich hat die Bevölkerung, die Bundesländer, die Gemeinden den jeweils angemessenen, fairen Beitrag zu leisten. Nicht mehr und nicht weniger. Und deswegen das krasse Missverständnis, dass es nicht darauf ankommt, auf diese konkreten Millionen Menschen, die auch in Österreich leben, ist einfach wissenschaftlich betrachtet falsch. Ein Gemeingut wie das Klima kann man gemeinsam durch faire und angemessene Beiträge schützen. Und wenn man auf Maßnahmen schaut, die Österreich etwa braucht, was ist konkret zu tun im Verkehrssektor, im Bereich der Industrieproduktion, in der Land- und Forstwirtschaft, im Abkehr von einer Versiegelung von wichtigen Bodenressourcen. All das, das ist das Entscheidende, sind konkrete Maßnahmen, die schon wirksam über die nächsten Jahre braucht. Man kann aus wissenschaftlicher Sicht gar nicht genug betonen, dass ja jetzt, wenn ich zurückschaue, der Corona-Jahr 2020-Effekt emissionsmäßig vollständig schon wieder verpufft ist. Also 2021 werden wir Emissionen des Niveaus von 2019 haben. Wir müssen aber 2022, 2023, 2024 diesen Pariser Klimazielweg beitragen. Und das heißt vier bis fünf Millionen Tonnen Abbau pro Jahr. Und da gehört schon ein Maßnahmenmix her, wo es einerseits das Klimarahmengesetz endlich braucht bis 2030, aber auch in diesen einzelnen Sektoren ganz konkrete Umsetzungsmaßnahmen bis hin, Das ist wissenschaftlich mittlerweile auch klar. Ich nehme mal das Beispiel Verkehr. Wenn man in Zukunft da mit diesem guten Emissionsmonitoring, das wir wissenschaftlich machen können, jedes Mal im Folgemonat schon weiß, wie viel die Emissionen des Vormonats waren. Und man hat bis August, September im Verkehrssektor einen gewissen Erfolg nicht geschafft. Gibt es halt erfolgsabhängig oder misserfolgsabhängig, dann Tempo 80-100 statt Tempo 100-130. Und ich sage Ihnen, die österreichische Bevölkerung wird froh sein, wenn sie endlich, so wie beim Lufthunder für den Feinstaub, endlich auch Erfolg erreicht im Klimaschutz. Ich merke das wirklich in Gesprächen und Vorträgen auch. Wir wünschen uns, dass wir auch in Österreich nicht nur von Vorreiterschaft reden, sondern auch Erfolge vorweisen. Und die hat man nur, wenn man ganz klar und proaktiv am Ziel dran ist. Jetzt hat aber Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz im Sommer den berühmt gewordenen Satz gesagt, dass wir das Klima dadurch retten können, dass wir uns nur noch im Verzicht üben, das ist vollkommen falsch. Der einzig richtige Zugang sei es, auf Innovation und Technologie zu setzen. Ist das so? Das war aus wissenschaftlicher Sicht eine krasse Fehlaussage. Man könnte fast sagen, wenn man es sachlich anschaut, eine Desinformation. Tatsache ist ja, wenn wir jetzt verzichten, unsere Zukunftsgrundlagen für die jetzt junge Generation und für die Kinder zu schützen, Also der Verzicht auf Klimaschutz ist erstens mal die weitere Zerstörung unserer Lebensgrundlagen. Zweitens aber auch die Innovationsarmut, in die die Wirtschaft hineinrutscht, wird auch verstärkt. Nicht umsonst haben die sogenannten CEOs for Future, Vorstandsvorsitzende in Österreich, und zwar nicht nur von der ÖBB Holding oder auch von der Saubermacher AG, sondern die Asfinag, der Vorstand, oder die Lafarge Zementwerke gesagt, was für ein Jammer, dass wir nicht einen Einstiegs-CO2-Preis geschafft haben bei dieser Steuerreform, wo richtig brauchbare und passende Preissignale für die Dekarbonisierung in eine innovative Wirtschaft fließen. Also doppelt falsch, was das Verzichtsargument betrifft. Verzicht auf Klimaschutz schädigt die österreichische Wirtschaft, aber auch unsere Kinder und Kindeskinder in Zukunft von der ethischen Seite betrachtet. Ganz kurz noch zum Schluss, Sie beschäftigen sich seit drei Jahrzehnten wissenschaftlich mit dem Klimawandel. Wie optimistisch sind Sie denn heute, dass wir diese Krise noch rechtzeitig in den Griff bekommen? Ich gehe das nicht mit Optimismus an, sondern ich sage, es ist ganz klar, dass ich mit all meinen Kräften und dort, wo ich mitwirken kann, mich als Teil der Lösung sehe. Ich versuche mitzuwirken, dass wir diesen Weg schaffen und dass wir es so lange machen, bis wir ihn geschafft haben oder auch nicht auf jeden Fall Teil der Lösung sein in allen Wirkungsbereichen. Herr Professor Kerngast, vielen Dank für das Gespräch und guten Abend nach Graz. Dankeschön.